Weiter geht's mit Lego Herr der Ringe und ich begrüße euch herzlich. Wir sind gerade bei Inagonath und Boromir versucht den Ring an sich zu nehmen und das müssen wir mit aller Kraft verhindern. Wir haben den Ring aufgesetzt, sind in dieser Scheinwelt und jetzt müssen wir an Boromir vorbeikommen. Na komm. Okay, ich schätze mal, das hier müssen wir kaputt machen. Jawohl. Und dann bauen wir mal wieder was zusammen. Ähm. Hahaha. Ja, warum denn auch nicht? Hahaha. Was zu? Können wir das irgendwie betätigen? Ach du Scheiße. Ja, ist klar. Tja, Kollege, ich würde auch weggehen an deiner Stelle. Denn wir sind ziemlich gefährlich unterwegs. Na komm, geh kaputt, du blöder Busch. Ich mag keinen Busch. So. Dann. Werfen wir das Ding mal hier über seinen Kopf gegen. Zack. Frodo. Weiter geht's. Legolas. Äh. Ach was. Wir können uns in Legolas verwandeln. Nein. Ah, das ist ja Blödsinn. Ah, das. Warum das da jetzt oben angezeigt wird? Wie sollen wir denn hier jetzt dazukommen? Gehen wir mal weiter. So, das geht nämlich auch so. Da brauchen wir keinen Legolas für. Und eine Treppe. Wunderbar. Da ist nämlich wieder so ein schöner blauer Stein. Und das kippen wir hier einfach mal um. Und weg. Ja, Borum, ja. Ich glaube, wir sind hier ein wenig überlegen. Und ich verfluche Menschen, die ihr wohl über den anderer stellen, ne? So, gehen wir hier mal hoch. Und da haben wir nämlich wieder was zum Werfen. Geh kaputt, du Statue. Geh kaputt, du Statue. Hoch da. Na komm, ich will da hoch. Na, das versuchen wir wohl nochmal, oder? Und jetzt. Na. Geht das denn eigentlich? Können wir die Dinger hier eigentlich noch kaputt machen? Können wir nicht. Also, einmal versuche ich es noch. Da müssen wir doch hochkommen. Die Frage ist nur, was wir da oben machen sollen. Da oben sind... Ist eigentlich nichts. Ne, scheint nicht zu gehen. So, Borum, ja. Wo bist du? Also, wird Zeit, dass wir dir... Erst einmal die Meinung geigen. Aber hier machen wir mal eben kurz alles kaputt. Das ist gerade alles so schön auf einem Haufen. Na, okay. So, das war's, glaube ich. Na, da sind noch welche. Okay. Sauron. Wir müssen den Ring abnehmen. Sauron ruft den Ring zu sich. Wir müssen uns... ...seinem Blick entziehen. Wir müssen Frodo retten. Aber erstmal... ...alles klein hauen. Okay. Alles nicht klein hauen. So, einmal hier. Was ist denn das hier noch? Ach, das ist wieder so ein... Also, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, hier die Schiffe kaputt zu hauen. Aber... ...sie spucken auf jeden Fall... ...Legosteine aus. Ich glaube, wir müssen mal... ...Legolas. Ne, da können wir nicht. Das geht nicht. Gehen wir mal wieder in die Rolle von Aragorn. Ah, und Aragorn kann scheinbar auch Feuer machen. Scheinbar nicht. Gut. Aber wir müssen hier irgendwie durch. Die Frage ist nur, wie? Haben wir nicht irgendeine Fackel oder irgendwas, was wir als Fackel benutzen können? Hm. So, da geht noch was. Okay, da geht nichts mehr. Ähm. Ähm. Warum auch nicht? Sag mal. Irgendwas müssen wir doch da... ...machen. Legolas, komm mal her. Setz den Typen hier mal ab. Nee. Was ist denn das hier? Zum Graben. Aber wo... Wir haben ja... Wir können ja nicht Sam bewegen. Sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Na. Also, noch... Hier vielleicht. Ach, guck mal. Hier ist ein Stapel. Ah. Ist aber nichts raus, ne? Ah. Mist. So, können wir vielleicht Gimli irgendwo rüberwerfen? Haha. Okay, nehmen wir ihn nochmal. Und vielleicht können wir den guten Gimli hier ja rüberwerfen. Hier ist nix. Keine Anzeige. Komm. Nee. Aber wir könnten... ...Gimli mal... ...aus anwählen. Ha. Wie kommen wir denn hier weiter? Ja, ja. Das ist schon klar. Gibt's hier noch irgendwas, was wir klein hauen können? Na, da geht noch was. So, mal um kurz ein... ...nach. Mist. Sag mal. Das gibt's ja gar nicht. Was sollen wir denn hier machen? Ja. Also Feuer, das ist mir klar. Aber das können wir ja... ...das können wir ja nicht mit unseren. Und ich sehe jetzt keinen Sum, der hier steht. Beziehungsweise wir können ja auch keinen auswählen. ...irgendetwas müssen wir doch machen können. ...irgendetwas müssen wir doch machen können. Ach, sieh mal an. Eine Fackel. Ha. Na, sehr gut. Ah, das hat ja lange gedauert, die Paddel. Na, super. Gut, dass wir mal wie wild um uns rumgeschossen haben. Na also. Dann können wir uns ja endlich auf den Weg machen. Und Frodo retten vor den ankommenden Orks. Oder Uruk-Kai, vielmehr. So, ich glaube nicht, dass wir hier nochmal lang kommen, deswegen nehme ich hier mal kurz alles mit. Nur der Vollständigkeit halber. So, Jungs, ihr könntet mir auch ruhig mal helfen. So, das ist wieder eine Aufgabe hier für Legolas. Ja. Ihr garstigen Büsche. So. Dann gehen wir mal hier hoch. So, und dann schießen wir hier mal gegen. So, das sammeln wir hier eben nochmal ganz kurz ein. Und ich würde ganz trotzdem ganz gerne hier vorne an den Apfel... ... ...